Moin oder was geht und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team und dann lassen wir den Kollegen mal seine Dortmund-Trikots nehmen, weil er scheint ja ein Dortmund-Fan zu sein und wir sind jetzt am Start mal mit unserer Bundesliga-Mannschaft und der Typ hat natürlich ein Dortmund-Team mit ein paar Bayern-Spielern hier Alaba, Boateng, Lahm und Neuer sind noch und Müller von Bayern Okay, der hat halb, halb Oh nein, nicht jetzt so früh Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ach, sauber Schön und schießt und ah Ich weiß nicht, hätte ich die noch annehmen können, ohne dass er mir weggenommen worden wäre Schön Zack, Junge Hintelare, Chance, macht er natürlich rein, das lässt er sich nicht nehmen und wir sind hier in der 9. Minute mit dem 1 zu 0 aber ich glaube, das hat gegen seine Mannschaft noch gar nichts zu sagen Jawohl, mit dem Finesse Schön mit Effet ins lange Eck gezogen, Obermeerang mit dem 2 zu 0 in der 24. Minute Geile Ding Im Moment macht mir das Spiel noch Spaß Ja, brauchen wir uns nicht angucken, war natürlich mehr Glück als Verstand wieder, dass wir den Ball da gekriegt haben War schlecht geklärt Obermeerang, zeig, was du kannst Scheiße, Mann, wo ist er? Schöne Kombination hier Schuss und Ah, komm, geht's aus Noch eine Ecke rausgeholt Hätte man mehr draus machen können vielleicht Und die Ecke werde ich jetzt mal schön andrehen Boateng mit dem Versuch Nimm ihn doch Schön abgeblockt Mit dem Gesicht Nimm den Ball doch mit Sauber Schön gelaufen Ich mach mal einen Pass rein und zack, rein und Tor Sauber Blaschikowski mit dem 3 zu 0 in der 54. Minute Das war klar, dass der drin ist, dann nach dem Nachschuss War wieder Glück gehabt Das ist unfassbar Wir hatten jetzt 3 richtig Zwei glückliche Tor Ich kann mich grad an das erste gar nicht mehr richtig erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin Schön, so will ich das sehen Genau, so, so nicht Vom Gegner will ich das nicht so sehen Oh Verzweiflungsschüsse hier, oder was? Das gibt jetzt aber keine gelbe Das war ganz normales Tackling Und unser Gegner unterbricht die Partie Hat dann wohl keine Lust mehr gehabt 3 zu 0 Der Endstand Wir gewinnen Und die Statistik war natürlich auch auf unserer Seite Wir haben 15 Punkte Das heißt, wir brauchen nur noch einen Punkt zum Aufstieg Und Ja, 4 Punkte noch zum Titel Hier sieht's grad auch gut aus Sieg, 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 Niederlage, Sieg 5 zu 1, Siege Damit lässt sich leben Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen Ich verabschiede mich mit einem Gutsport Haut da rein, Leute Euer Fungi Peace